Ich werde diesen Monat in drei Aktien investieren, bei denen ich jetzt eine attraktive Einstiegsmöglichkeit sehe. Aber wie findet man einen Einstieg, wenn sich der Aktienmarkt am Allzeithoch bewegt? Viele denken, dass der Aktienmarkt derzeit ein schlechtes Chancen-Risiko-Verhältnis bietet und tatsächlich ist der S&P 500 einer der wichtigsten Aktienindizes weltweit, mit einem Forward-KGV von 21 vergleichsweise teuer bewertet und bewegt sich im oberen Bereich der Bewertungsspanne der letzten zehn Jahre. Auf den ersten Blick deutet dies auf eine Überbewertung hin. Allerdings sollte man das KGV niemals isoliert betrachten. Wichtig ist, dass man auch die Wachstumsratenunternehmen mit berücksichtigt. Hierzu kann man das sogenannte PEC-Ratio verwenden. Diese Kennzahl setzt das KGV ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. Je kleiner die Zahl ist, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Für die folgende Darstellung wurde das geschätzte Gewinnwachstum für die kommenden fünf Jahre berücksichtigt. Die Bewertung des S&P 500 liegt also unter Berücksichtigung der Wachstumsraten eher im mittleren historischen Bereich, was mir zeigt, dass der Aktienmarkt derzeit noch nicht überbewertet ist. Das bedeutet auch, dass die Gewinnerwartungen für die nächsten fünf Jahre überdurchschnittlich hoch sind. Das ist wichtig, denn langfristig folgt der Aktienkurs der Gewinnentwicklung eines Unternehmens, wie man hier anhand dieser Darstellung sehr schön sehen kann. Alle drei Aktien in diesem Video haben aus meiner Sicht das Potenzial, ihre Gewinne in den kommenden fünf Jahren überdurchschnittlich stark zu steigern und bieten demnach auch ein attraktives Kurspotenzial. Meinen ersten Kauf möchte ich dir hier direkt zeigen. Für den Kauf von Aktien und ETFs nutze ich den Broker von Scalable Capital. Hier könnt ihr sehen, wie ich die Order eingebe. Ich möchte Aktien im Wert von rund 1.000 Euro kaufen. Ich klicke auf Kaufen, wie ihr sehen könnt, wurde die Order sofort ausgeführt. Mit dem Free Broker von Scalable Capital kostet der Kauf von Aktien und ETFs nur 99 Cent pro Transaktion. Ein besonderes Highlight, Aktien und ETF-Sparpläne sind bei Scalable Capital gebührenfrei. Ich persönlich nutze das Prime Plus Broker Angebot und kann so bei einem Ordervolumen von 250 Euro sogar gebührenfrei handeln. Nicht vergessen, alle neuen Prime Plus Kunden bekommen bis auf weiteres 4% Zinsen über die Baader Bank für vier Monate auf bis zu 1 Million Euro Guthaben. Der Prime Plus Broker kostet nur 4,99 Euro im Monat und bietet noch viele weitere Vorteile. Für mehr Informationen klickt einfach unten auf den Link im ersten Kommentar unter dem Video. Die erste Aktie ist also Starbucks und bietet aus meiner Sicht derzeit eine einmalige Chance. Allerdings läuft derzeit bei Starbucks alles andere als rund und das Unternehmen konnte die Erwartungen der Aktionäre in den letzten Monaten nicht erfüllen. So verfehlte das Unternehmen, die Analystenschätzung und der Aktienkurs ist zunehmend unter Druck geraten. Ich persönlich sehe hier aber eine tolle Chance, Anteile an diesem tollen Qualitätsunternehmen aufzubauen. Aber warum habe ich mich für einen Kauf entschieden? Das Geschäftsmodell von Starbucks ist schnell erklärt. Starbucks verdient Geld durch den Verkauf von trendigen Kaffeegetränken und profitiert von Lizenz- und Franchisegebühren. Starbucks hat eine starke Marke, eine weltweite Präsenz und vor allem auch eine treue Kundenbasis. Aus meiner Sicht gibt es keine andere Kaffeekette, die Starbucks in den kommenden Jahren gefährlich werden könnte. Zwar hat erst kürzlich McDonalds ein zu Starbucks ähnliches Kaffee-Lifestyle-Konzept namens Cosmax vorgestellt. Allerdings kann ich mir nur schwer vorstellen, dass dies für Starbucks langfristig eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen wird. Die starke Positionierung und hohe Qualität des Unternehmens kann man auch direkt anhand der operativen Zahlen ablesen. Starbucks kann auf ein konstantes Umsatzwachstum und eine stabile Gewinnentwicklung zurückblicken. Warum ist das für mich so wichtig? Für mich ist es ein Indiz dafür, dass das Unternehmen viel richtig macht und auch in der Lage ist, in der Zukunft weiter zu wachsen. Derzeit baut Starbucks zudem das eigene digitale Premium-Programm weiter aus, das im ersten Quartal ein Mitgliederzuwachst von 13% auf 34,3 Millionen Kunden verzeichnen konnte. Dieses Programm steigert die Kundenbindung und gibt mehr zusätzliche Planungssicherheit für die Zukunft. Zudem plant das Unternehmen weitere Filialen zu öffnen und insbesondere China ist ein wichtiger Wachstumsmarkt mit einem geplanten Ausbau von 13%. Der US-Markt ist jedoch weiterhin der wichtigste Absatzmarkt mit 75% Anteil an den Gesamtumsetzen. Hier plant das Unternehmen die Anzahl der Filialen nur um 4% auszubauen. Das könnte darauf hindeuten, dass der Markt bereits gesättigt ist. Für mich ist es aber ein Zeichen dafür, dass das Filialennetz in den USA bereits nahezu optimal ausgebaut ist und es für Konkurrenten nahezu unmöglich macht, ein vergleichbares Netzwerk aufzubauen. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 38.500 Stores und sammelt fast gleichauf mit McDonalds, die weltweit 41.800 Stores haben. Positiv hervorzuheben ist, dass die Margen bei Starbucks sehr konstant sind. Die Gewinnmarge ist mit 11,7% sehr hoch und verdeutlicht im Burggraben des Unternehmens, da Starbucks hohe Preise für die Produkte bei den Konsumenten durchsetzen kann. Zu Beginn habe ich angesprochen, dass der Aktienkurs der Gewinnentwicklung eines Unternehmens folgt. Wer aber blind in qualitativ hochwertige Aktien investiert, wird jedoch nicht automatisch überdurchschnittliche Renditen erzielen. Wichtig ist, dass man nicht zu teuren Aktien einsteigt und im Optimalfall eine Sicherheitsmarge mit einplant. Schaut man sich das KGV im Zeitverlauf an, dann sieht man, dass sich das KGV im unteren Bereich der Bewertungsspanne der letzten Jahre bewegt. Das deutet darauf hin, dass die Aktie fair bis günstig bewertet ist. Insbesondere, wenn man das geschätzte Gewinnwachstum mit berücksichtigt. So schätzen Analysten, dass der Gewinn je Aktie in den kommenden 5 Jahren um überdurchschnittliche 15,8% pro Jahr zunehmen könnte. Folgt der Aktienkurs dieser Entwicklung, dann ist eine tolle Überrendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt möglich. Starbucks ist ein interessantes Qualitätsunternehmen, dem ich zutraue, dass es in den kommenden 5 bis 10 Jahren deutlich besser dastehen wird als heute. Starbucks ist übrigens auch eine interessante Dividendenaktie und bietet derzeit eine Dividendenrendite von rund 2,5%. Ich bin aber nicht der größte Fan von Dividenden, da ich es lieber sehe, wenn das Unternehmen das Geld in die eigene Geschäftsentwicklung investiert. Die Entscheidung des Managements, Kapital an Aktionäre zurückzugeben, hat aber insgesamt zu einem großen Kapitalabfluss geführt, sodass das Unternehmen ein negatives Einkapital vorweist. Hier würde ich mir eine etwas bessere Bilanzqualität wünschen und hoffe mir, dass in Zukunft mehr Kapital im Unternehmen verbleibt. Kommen wir zum zweiten geplanten Aktienkauf für den Monat April. Dieses Unternehmen steckt in einer kleinen Krise und könnte ein interessanter Turnaround-Kandidat sein. Das Problem ist, dass das Unternehmen das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen muss und mit makroökonomischem Gegengewinn zu kämpfen hat. Das Unternehmen ist im Bereich für Cybersecurity tätig, wurde Ende 2023 Opfer einer peinlichen Datenpanne, die zu einem sehr starken Kursanbruch geführt hat. Hacker haben bei einem Cyberangriff Daten von allen Nutzern des Kundensupports gestohlen, was mitunter das Schlimmste ist, was einem Cybersecure-Unternehmen passieren kann. Wenn ein Cybersecurity-Unternehmen sich nicht einmal selbst schützen kann, warum sollten Kunden darauf vertrauen, dass sie ausreichend geschützt sind? Das Unternehmen hat aber starke Quartalszahlen vorgelegt und ich traue es dem Unternehmen zu, wieder zurück in die Spur zu finden. Die zweite Aktie heißt Okta und ist ein führender Anbieter für cloudbasierte Identitätsmanagement-Lösungen. Mit diesen Lösungen können Unternehmen den Zugriff auf ihre Systeme und Anwendungen sichern und verwalten. Das Unternehmen verdient Geld durch Abonnements für verschiedene Sicherheits- und Zugriffsmanagement-Funktionen. 98% Umsätze sind im Übrigen wiederkehrende Einnahmen aus Abo-Modellen. Das bedeutet eine verbesserte Vorhersehbarkeit für künftige Einnahmen. Besonders interessant ist die sogenannte Single-Sign-On-Funktion. Single-Sign-On ist eine Authentifizierungsmethode, die es Nutzern ermöglicht, sich mit einem einzigen Benutzernamen und Passwort bei mehreren unabhängigen Softwareanwendungen gleichzeitig anzumelden. Das erhöht die Produktivität der Mitarbeiter und auch die Sicherheit, da es weniger Angriffspunkte für Passwort-Diebstahl gibt. Die Aktionäre und Analysten waren von den aktuellen Quartalszahlen positiv überrascht, da sie mit deutlich Schlimmeren gerechnet haben. Die Umsätze stiegen um 18,6% im Jahresvergleich an, was die Erwartungen der Wall Street leicht übertreffen konnte. Dennoch spürt das Unternehmen makroekonomischen Gegenwind und das Umsatzwachstum hat sich im Vergleich zum Vorquartal verlangsamt. Eine sehr wichtige Kennzahl bei Software-as-a-Service-Unternehmen ist zudem die sogenannte Dollar-Based-Net-Retention. Okta erreicht hier einen Wert von 111%, was bedeutet, dass Okta 11% mehr Umsatz von seinen bestehenden Kunden im Vergleich zum Vorjahr erzielt hat, was auf eine gesteigerte Nutzung von zusätzlichen Diensten hindeutet. Allerdings ist diese Kennzahl ebenfalls rückläufig und unterstreicht nochmal, dass sich das Umsatzwachstum verlangsamt hat. Aber warum habe ich mich dann jetzt für einen Kauf entschieden? Okta hat aus meiner Sicht weiterhin ein sehr hohes Potenzial. Der Total Addressable Market, kurz TAM, beschreibt den gesamten Jahresumsatz, den ein Unternehmen theoretisch erreichen könnte, wenn es 100% Marktanteil in seinem Zielmarkt erlangen würde. Dieser wird von Okta auf aktuell 80 Milliarden Dollar geschätzt. Zum Vergleich, der Jahresumsatz von Okta beträgt aktuell gerade einmal 2,2 Milliarden US-Dollar. Ich bin neben Okta übrigens auch in CyberArk investiert, die ebenfalls Identitätsmanagementlösungen anbieten und setze daher nicht auf einen Anbieter in diesem Bereich. Beide Unternehmen stehen aber nicht in direkter Konkurrenz zueinander und ergänzen sich meiner Ansicht nach sogar ganz gut, da sich CyberArk mehr auf die Sicherung von IT-Systemen spezialisiert hat. Daher sehe ich meine Investitionen in Okta eher als Ergänzung und setze darauf, dass beide Unternehmen noch viel Wachstumspotenzial besitzen. Werfen wir noch einen Blick auf die Bewertung. Wachstumsaktien tendieren dazu, teuer bewertet zu sein und auch Okta ist mit einem Free-Casual-Ratio von 35 nicht gerade günstig bewertet. Aber die Bewertung ist durchaus gerechtfertigt, wenn man sich die geschätzten Wachstumsraten anschaut. Analysten gehen von einem adjustierten Gewinnwachstum von 25% pro Jahr aus. Unterm Strich würde ich sagen, dass die Bewertung fair bis leicht teuer ist, insbesondere da man die Risikofaktoren bei der Bewertung mit berücksichtigen muss. Ein wichtiger Risikofaktor aus meiner Sicht sind auch die sehr hohen aktienbasierten Vergütungen. Diese führen zu einer Verwässerung der Aktionäre, da die Anzahl der ausstehenden Aktien zunimmt. Zudem ist Okta als Wachstumsaktie noch nicht profitabel, was ebenfalls ein Risiko darstellt. Aber die Entwicklung der Margen sieht aktuell sehr vielversprechend aus. Okta hat im abgelaufenen Quartal eine Free-Cash-Row-Margen von 21,6% erreicht, was einem Anstieg von 30,4%punkten entspricht. Damit hat Okta die Aktionäre unterm Strich positiv überrascht und man kann hoffen, dass sich die Profitabilität noch weiter verbessern wird. Ich denke, dass der Markt die meisten Risiken im Aktienkurs bereits mit eingepreist hat und die Aktie mit einer positiven Überraschung noch Kurspotenzial nach oben hat. Unter dem Strich würde ich eine Investition in Okta aber als spekulativ einordnen. Weiter geht es mit der Aktie Nummer 3. Dieses kleine Unternehmen hat gerade einmal eine Marktkapitalisierung von 2,7 Milliarden US-Dollar, kann aber mit guten Wachstumsraten, einer hohen Profitabilität und einer günstigen Bewertung überzeugen. Das Unternehmen gilt als innovativer Pionier, der das Bildungswesen langfristig verändern möchte. Das Unternehmen heißt Stride und ist ein Bildungstechnologieunternehmen, das ein sogenanntes School-as-a-Service-Modell anbietet. Einfach gesagt bietet Stride Online-Lehrpläne und Unterricht für Schüler bis zur 12. Klasse und auch Lernprogramme für Erwachsene an. Stride verdient dann Geld durch den Verkauf von Online-Bildungsprogrammen an Schulen oder Familien. Der Programm des Unternehmens liegt in der etablierten Technologieplattform mit einem umfangreichen Kursangebot und den starken Beziehungen zu verschiedenen Bildungseinrichtungen in den USA. Ein Geschäftsmodell, das in den vergangenen Jahren toll funktioniert hat, so liegt das Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren bei 15,9%. Im jüngsten Quartal hat sich das Umsatzwachstum mit 10% im Vergleich zum Vorjahr aber etwas verlangsamt. Besser lief hingegen die Entwicklung der Gewinne. Der Gewinnjahraktie konnte um 29% gesteigert werden, was insbesondere auf die gestiegenen Margen zurückzuführen ist. Mit diesen Zahlen konnte das Unternehmen auch die Schätzung der Wall Street übertreffen, was den Aktienkurs nach oben getrieben hat. Aber auch nach dem Anstieg ist das Unternehmen noch vergleichsweise günstig bewertet, das KGV ist mit 16 sehr günstig und liegt auch unterhalb der historischen Bewertung der letzten Jahre. Betrachtet man zudem die geschätzten Wachstumsraten von 20% pro Jahr, da kommt man auf ein Pack-Ratio von nur 0,8, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Mich persönlich haben die operativen Zahlen überzeugt und obwohl ich das Geschäftsmodell schnell verstanden habe, bleibt dennoch eine gewisse Unsicherheit. Ich kann nur schwer abschätzen, wie sich der Markt um Online-Bildung weiterentwickeln wird und wie gut die Qualität der Bildungsangebote wirklich ist. Fakt ist aber, dass es bereits heute einen Trend zu mehr Online-Schulungsangeboten gibt und immer mehr Schüler und Studenten in den USA Kurse online belegen. Das Bildungsniveau der heranwachsenden Generation wird immer weiter steigen und ich gehe davon aus, dass die Nachfrage nach Online-Bildungsangeboten weiter zunehmen wird. Bis 2028 könnte der Markt für Online-Bildungsangebote um ca. 11% pro Jahr weiter anwachsen, wovon auch Stride profitieren könnte. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut euch unbedingt noch die Aktienkäufe für den Monat März an. Von diesen vier Aktien plane ich auch noch weitere Anteile im April zu kaufen. Da ist das Video auch immer noch aktuell und schau gerne mal rein. Wenn du es noch nicht gesehen hast, klicke einfach hier oben auf dieses Video. Und denkt bitte dran, dieses Video ist keine Anlageberatung und dient nur zur allgemeinen Information.